Martin Philippen, der Vorsitzende unseres Katholikenraters und ich haben die Gelegenheit, am kommenden Freitag um 19 Uhr mit den Kandidaten der Parteien zur Bundestagswahl ins Gespräch zu kommen. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Martin, wer macht da alles mit? Das ist einmal Silvia Pantl von der CDU, dann Doktorin Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, dann haben wir Andreas Rimkus von der SPD, Frederik Hartmann von Bündnis 90 Die Grünen und Helmut Born von der Linken. Die alle werden diese Bühne hinter mir füllen und stehen für ihre Fragen zur Verfügung. Und mit den Kandidaten wollen wir ins Gespräch kommen. Wir wollen sie etwas als Person vorstellen. Wir wollen für den Katholikenrat wichtigen Politikfeldern, Meinungen, Voten, Stimmungen einfangen. Und natürlich ist es uns auch ganz wichtig, dass die Damen und Herren, die als Besucher in den Klosterhof des Maxhauses kommen, ihre Fragen an ihre Politiker richten können. Also herzliche Einladung zum Kommen und wirklich zum Mitdiskutieren. Also wenn Sie kommen, gerne hier in den Klosterhof des Maxhauses. Wir freuen uns auf Sie. Sie können natürlich auch unseren Livestream verfolgen über unseren YouTube-Kanal. Und wenn Sie weitere Infos brauchen, über www.katholisches-duesseldorf.de Zum Zutritt gilt die klassisch bekannte 3G-Regel. Wir werden, um den Auflagen auch nachzukommen, am Eingang eben die 3Gs bei Ihnen nachfragen. Und wir bitten Sie, sich dann entsprechend erkenntlich zu zeigen.